Hallo, ich bin der Dietmar von WEMO Einziehfahrwerke. Willkommen von der Segelflugmesse 2023 in Schwab München. Wir wollen ja dieses Jahr die neue Scheibenbremse vorstellen. Einsetzbar ab Rad 112 bis hoch 178. Es gibt zwei verschiedene Größen. Rad 112 bis einschließlich 140 haben wir eine kleinere Version. Rad 153 bis 178, eine größere Version. Vorteile von der Scheibenbremse zum einen einfach technisches Highlight, sehr schönes Bremsverhalten. Sie bremst immer auch wenn der Reifen nass ist und wir haben keinen Verschleiß am Rad und das Rad selber wird nicht als Bremsbelag benutzt so wie das bisher bei der Radschuhbremse war. Eines der schönen Features von der Scheibenbremse ist, wir können hier über diese zentrale Schraube können wir den Bremsbelag entweder nachstellen, da kann man auf Verschleiß reagieren oder wir können über diese Schraube den Punkt festlegen, ab wann denn die Bremse anfängt richtig zuzugreifen. Die Scheibenbremsen die lassen sich sehr schön dosieren, also von ganz fein bremsen bis Vollgasbremsung ist da alles möglich. Das sind so die Vorteile die wir in der Scheibenbremse sehen. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Fahrwerken, dann ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, ihr findet uns im Internet unter der Homepage, da gibt es ein Kontaktfeld und danke fürs Anschalten.